Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Heroes of the Storm mit mir, dem Lien. Und zwar in der Schnellsuche. Ja. Nächste Daily immer noch hier absolviere drei Spiele mit einem Unterstützer. Also eins noch. Zwei von drei haben wir ja. Die letzten zwei Spiele Morales war okay. Ist nicht so super geil. Aber es war okay. Was mache ich jetzt? Nochmal Morales oder was? Oder Myphoria. Oder Tasta da, ich hab ne Tasta da. Oder machen wir die? Die ist ja auch ein bisschen überarbeitet worden mit der Ulti. Komm, wir gucken uns das jetzt mal an. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich war nie ein Freund von der Ollen hier. Aber. Gut. Schauen wir mal. Oh Gott. Keine Idee dabei. Oh boy, oh boy. Höllenschreine. Oh man. Das wird hart. Das wird hart. Aber ich wollte eigentlich die Stealth-Ultis killen. Aber auf der Karte, Guys. Dürfte mir nicht böse sein. Da muss ich den Hagel skillen. Ist ja klar. Damit ich möglichst viele Möpse kaputt mache. Ist ja Logo. Logo. Wenn ich meine Hand zu der Kamerastrecke, ist meine Hand fast so riesig wie mein Kopf. Oder sogar noch größer. Krass, ne? Die Götter bereichern mich mit eurer Anwesenheit. Na, machen wir mal Schützenkönig. Das wird ein hartes Brot. Das sag ich euch so. Hab ich auch überlegt. Ist auch nicht schlecht, aber... Ich mach hier ein auf Schützenkönig. 5, 4, 3, 2, 1. Das Gemetzel beginnt. Gucken wir mal. Wie gesagt. Wir haben Karasim, Murki, Asmonan, ETC-Terande, Nasenbohr-Abatur, Novadia-Bloot-Terande. Hör mal. Das war aber nicht nett. Nasebohr-Abatur, hör mal. Bomben getroffen. Ui, du. Schaffe ich es, zum Pool zu gehen? Ah, ich hab einen Mob verloren. Das ist nicht cool. Ach, das ist auch blöd hier gegen Nasebohr-Abatur. Na ehrlich, das ist doof. Was soll ich mit Tyrande alleine gegen Nasebohr-Abatur? Nein, jetzt sterben unsere Leute, Junge. Vorwärts. Aktiviert den Schrein und vernichtet seine Wächter. Der Bestrafer wird den brennenden Höllen dienen. Alter. Ja, Morki Asmodan pennt, ne? Ey, sag mal, pennen die? Ja, die pennen, Junge. Ja, hallo, ich bin Morki, ich werde mein Fisch rein, tschö. Meine Schmerzen wurden gelindert. Ein Ausgabe! Ja, natürlich. Unser Verbündeter benötigt Hilfe. Und doch bleibt das Gleichgewicht gewahrt. Der macht nix, Junge, habt ihr es gesehen? Der stand die ganze Zeit nur rum. Ey, da habe ich schon wieder keinen Bock mehr, ne? Da habe ich schon wieder echt keinen Bock mehr. Mit solchen Bobs, Junge. Zazie, vernichthet ihn! Oh, ja, jetzt hier. Ja. 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 Der Besucher unserer Feinde ist gefallen. Nun sind sie uns ausgeliefert. Oder die ich jemandem reportet habe. Wir sollten uns beeilen. Ey, der macht schon wieder nix. Ah, das wird nix. Das wird nix. Ich hab wieder vergessen. Ja, natürlich. Im Schrei sammelt sich Energie an. Macht sie uns zu Nutze. Ja, natürlich. Ihr wisst, was zu tun ist. Tötet die Wächter und entfesselt den Bestrafer. Geht! Ey, der Asmonan kommt schon wieder nicht. Sorry, aber in dem Fall... Na, in dem Fall... Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na, in dem Fall... Na, in dem Fall... Seid mir nicht böse, aber so blöd kann man nicht sein. Mag sein, dass ich jetzt auch ein bisschen überreagiere, oder was? Unser Feind hat einen Ansprachlofer. Vielleicht sind ja ein paar dabei, die gerade zuschauen, die sagen... Oh, das ist jetzt aber... Ist ja aber... Ne? Ne. Sorry. Ne. Nein. Ich bin auch manchmal schlecht. Ich bin auch nicht immer gut. Ich baue auch Mist. Aber es gibt Dinge, die gibt es nicht. Ah, okay. Tschüss. Okay. Okay. Ey, spielt der überhaupt mit der Typ? Dieses verabscheuungswürdige Pack hat unser Volk. Ja, okay. Er macht das Gebäude kaputt. Ja. Ihr Bestrafer liegt gebrochen zu unseren Füßen. Aber ich muss einen Sternenregen skillen. Alleine nur wegen der Map, ey. Das ist vor! zumachen nicht. Im Wahyu, leber. Echt. Und jetzt einfach... cart quarter. Wir wissen was. Malher. Mann, Mann, MannPaar. Bericht. Haltet euch bereit, ein Schrank baut Energie auf. Macht sie mir zu alt. Nein. Naja. Ich glaube dreimal schon. What? Karazim achtmal. Und unser AFK Bob zweimal. Aber er war ja auch nicht wirklich mit dem Spiel. Lange Zeit. Er ist so wie hier. Good job. Alter, es sind schon wieder Schreine und keine Sau kommt da hin, Junge. Ja. Ja. Unsere Feinde haben einen Arkan bestraft und beschworen. Dann tötet ihn, bevor ihr euch tötet. Oh. 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 Alter, der ist so AFK die ganze Zeit. Immer wenn ich gucke, warum der auf der Map sich nicht bewegt, dann steht er irgendwo. Sie werden dieses Wurr vermissen. Sie werden dieses Wurr vermissen. Sie werden dieses Wurr vermissen. Die Bestrafer wurde vernichtet. Ohne zu ziehen. Ohne zu ziehen. Ah. Ohne zu ziehen. Ohne zu ziehen. Ohne zu ziehen. Ohne zu ziehen. Das war's für heute. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, this is funny. Ein Schrein läht sich auf. Errobert ihn in meinem Namen. Wo ist Sabadur? Wo ist Sabadur? Karasim ruft zu Verteidigung auf. Da bin ich mal gespannt, guys. Los, aktiviert den Schrein! Der Bestrafer wartet! Ja, voll cool so, zu dritt gegen fünf. Das macht ja voll Spaß. Ja, ist doch so. Murky eiert hier rum, Junge. Unser Asmodan-Eier, darum. Das kannst du vergessen, Junge. Wie kann man nur so blöd sein? Ein Eisbestrahl verdient den Hohen Himmel! Streck dich nieder! Schnell! Auf in den Kampf! Hier, natürlich. Die Strecke. Die Strecke. Die Strecke. Die Strecke. Der Bestrafe der Engel wurde ausgelöst! Weil... 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 Alter, ich wette, der spielt das erste Spiel in seinem Leben, der Typ. Und so schlecht kann man es sein. Oh ja, boah! Naja... Ich bin auch nicht gut. Schon gar nicht mit Tyrande. Aber das hier ist der absolute Wahnsinn. Und Murky auch. Dass keiner, keiner sich erbarmt, mal zu den Schreiten zu kommen. Und das auf der Karte, wo das einfach mal das Wichtigste überhaupt ist. Objektiv. Ja, okay. Ja, okay. Helm, entfasselt den Bestrafer! Er soll unsere Feinde ins Strecke reißen! Nein, kann ich nie heulen! Meine Schmerzen wurden gelindert. Ja, natürlich. Ja, vielleicht kriegen wir auch mal einen. Tja, 15 Dinger konnte ich mal kriegen. Tschüss! Ach, da kannst du, da kannst du, da ist das, das war's. So, was können wir denn hier noch schön skillen? Sturmschild ist auch nicht schlecht. Alles cool, ne? Muss man sagen. Das ist alles cool. Ein Atembestrafer ist auf dem Weg. Beendet seine elende Existenz! Festung verloren! Unsere Sicherheitser wird anbieten! Fundenkampf rein! Vollade! Fundenkampf Othersn! Kabel 널 sagen! ай Bwann? Ja! Wenn die machen, dann können wir das nicht auch ausprobieren! Die spirituellen Anbieter werden zu enorm very guter Anш Borchger cuffl colorschavais überrascht 3 gegen 5 würde ich sagen aber der daily ist fertig das ist die hauptsache das ist die hauptsache ja, check die stats asmodan, der war der war tja der hat im spieler einen platz weggenommen würde ich sagen murky war an sich gar nicht schlecht jetzt nicht weil ich die stats sehe sondern allgemein der war gar nicht so mega schlecht aber der hat halt die karte überhaupt gar nicht begriffen der war gar nicht null beim team dabei zumindest bei wichtigen sachen wie den schreien da musst du am start sein weil bei den höllenschreien sind die schreine so unglaublich wichtig wenn du die nicht hast, verlierst du das spiel karasim 14 tode 14 ja, der hat mit denen übrig geblieben also ich hatte nur ja, im grunde waren nur etc und ich und der karasim der 14 mal gestorben ist ja, war doch ein schönes spiel tschüss und ich kann das nicht aus für die schreien die schreien Untertitelung des ZDF, 2020